Pizzaschnecken easy nachmachen. Einfach nur den Teig ausrollen und belegen wie ihr es wollt. Die Pizza zuerst von links nach rechts einrollen, vom Rest trennen und danach von unten nach oben einrollen. Etwas einölen, Sesam drüber und danach im vorgeheizten Ofen für 15 Minuten bei 220 Grad Ober-Unterhitze backen, bis sie außen knusprig sind. Bis zum nächsten Mal.